Hallo hier ZippedUpTube! Hallo! Und hier haben wir die Yo-Kai Watch! Und jetzt hast du ja auch schon was angeguckt, glaube ich, ne? Da kann man die so schützt. Ja, diese hier, die sind auch schon weg dabei. Die sammelt man und die steckt man denn da rein. In die Yo-Kai Watch, ja. Und dann macht das solche Geräusche. Genau, steht hier hinten auch drauf. Die Watch spricht und erkennt mehr als 100 Yo-Kai-Medaillen. Erkennt alle Yo-Kai-Medaillen mit Namen, okay? Soundeffekte beim Herbeirufen. Yo-Kai-Stammesleet. Also so sieht das Ganze aus. Wir haben mit dem Yo-Kai Watch einmal. Kann man auch schön am Abend binden. Das erinnert mich gerade wie ein Pokobon. So, und jetzt können wir, glaube ich, schon mal rauskommen. Oh, ich hatte schon mal einen Chip. Hier ist der erste Chip. Oh, was ist denn hier drauf? Gucken wir noch her mal. Und... Oh, ist das rausgefallen? Ja, genau, eine Medaille. Aber kurz, hier ist die Medaille, die zweite. Jo, eine Anleitung, wie es alles funktioniert. Was sind die alle angebildet, was es da liebt? Da steht da, was man das alles kaufen kann. Zum Beispiel als Fischspielung. Hier an der Seite haben wir einmal so einen Knopf. Drücken wir auf. Und es geht auf mit dem coolen Soundeffekt. Und so kann man es sich dann nachher um die Hand zu binden. Gib mal deinen linken Arm her. Links nehmen wir mal so mal. So. Und Ash, wie sitzt sie? Gut. Kannst du mal zeigen? Ja. Hier. Hier. Eine Uhr. Also... Ja. So eine Uhr möchte ich auch gerne haben. Kann man auch die Zeit lesen? Ne, ne? Okay, und jetzt zeig mal, was passiert, wo man diese coolen Chips da rein stellt. Diese, ja, Medaillen. Chibanyan. Okay. Hier, den haben wir! Chibanyan. Wo? Hier, den haben wir da. Chibanyan. Ich glaube, das ist der. Okay, er ist gerade beschäftigt. Wollen wir mal gucken, was bei dem anderen passiert, wenn wir den da reinziehen? Warte, wie heißt der? Warte, sag mal. Wir haben Whisper. Das war die Dine-Dine-Dine-Dine. Waschleeder, mein gleichpuffiger Freund? Ich bin Whisper. Ich bin Whisper. Das ist ja voll witzig. Waschleeder, mein gleichpuffiger Freund? Ich bin Whisper. Ich bin Whisper. Hi Whisper. Und Ersch, deine neue Uhr? Bisschen hoch, aber die ist cool. Okay, wir warten immer noch an den anderen. Einmal in deine Uhr reinstecken, die du jetzt neu hast. Genau. Warte. Wichtig. Waschleeder, mein gleichpuffiger Freund? Waschleeder, mein gleichpuffiger Freund? Ich bin Whisper. Ich bin Whisper auf höheren Diensten. Genau. Ich würde sagen, wir können uns davon nochmal mehr holen. Und dann gucken wir mal, was wir noch so bekommen. Von diesem Schiff gibt es auch welche glitzernden solchen legendären Rahmen. Dann kannst du ja vielleicht zum Geburtstag mitmachen. Du hast auch bald Geburtstag. Ja. Und dann würde ich sagen, das war's von uns. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen nach oben, damit wir sehen, dass es euch gefallen hat. Und wenn ihr den nächsten Mal auch schon verpassen wollt, abonniert unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Genau. Und bis zum nächsten Mal. Ohr Pei. Tina. ственно, immer noch mal ein Klull! Jawwwooauch! Und hier haben wir auch die Yo-Kai Watch! Genau, die Yo-Kai Watch. Und dazu hast du ja auch schon was angeguckt, glaube ich, ne?